Als Kind saß ich oft vor diesem Bild und suchte nach dem, was als nächstes verschwand. Damals wusste ich noch nicht, dass die Frau auf dem Bild meine Mutter ist. Bis sie eines Tages plötzlich ins Koma fiel. Während meine Mutter zwischen Leben und Tod schwebte, fing mein Vater an, von einem Bus zu träumen, mit dem sie wieder zusammen verreisen könnten. Wenn ich treu, dann bin ich oft so, kann ich laufen und filmen. Ich schaue gerne raus, aber vor allem so gut, so sicher. Eben, ja, schützt es. Es klingt doch so einfach, aber in ein Heim abzugeben. Klingt doch so einfach. Das kann ich mir nicht vorstellen. Denkst du noch darüber, wie das wäre, wenn sie gesund wäre? Was dir denn für ein Leben hat? Ich weiss es doch nicht. Vielleicht wäre sie auch davor gelaufen. Sie hätte können. Das ist geil. Das ist immer im Parkverbot, wo wir es drücken. Meistens. Das sind wir schon ein bisschen ausnutzen. Das ist, dass ich meine Eltern schritten habe.